Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen. Dass der Böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilands Worte. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahre Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch. Seid uns barmherzig, rettet alle Seelen, besonders die Priestersseelen und Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Vorschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, der lieb. Und zu allen deinen Segen gib. Vielen Dank. Vielen Dank.